Die Sendung wurde live untertitelt. Ganze Stadtviertel machen für ihren täglichen Horror diesen Mann verantwortlich. Die Legende beginnt 1819. Er wurde in einen Hinterhalt gelockt, verstümmelt, von einem Bienenschwarm angegriffen und lebendig verbrannt. Armer Candyman. Helen, da drin ist eine Frau gestorben. Bleib hier! Jeder weiß, dass es ihn nicht gibt. Das sind die Sagen von heute. Jeder, außer Helen Lyle. Nicht gerade Vertrauen, Herr Weckentier. Ich habe keine Angst. Was wissen Sie über Ruthie Jean? Sie werden ihn niemals schnappen. Wen? Candyman. Helen? Wer ist da? Ich bin deinetwegen hier. Kennen wir uns? Sie beginnt zu entdecken, was sich hinter dem Geheimnis, hinter der Legende, und besonders grauenvoll, hinter dem Spiegel verbirgt. Er ist hier. Candyman. Sie müssen nicht an ihn glauben. Sie müssen sich nur in Acht nehmen. Der Tag ist so. Der Tag ist so. Sie müssen sich nur in Acht nehmen. Wir sehen uns bei der Garten. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.